Ich grüße euch vom Strand von Aschkelon, Anfang April. Heute mein 2. April. Ich weiß nicht, ob die Tonqualität geht, aber ich probiere es einfach, dass ihr ein bisschen was seht hier. Wasser ist wärmer als die Nordsee im Sommer, aber kälter natürlich als Binnenseen. Aber ich bin wirklich froh, dass wir auch hier sein können und möchte euch einen kleinen Eindruck hinterlassen hier. Und dort, wo das Schiff ist, da ist der Pipeline Hafen und dahinter fängt direkt der Gazastreifen an. Also, tschüss Leute. Macht's gut.